Energiesparen wird immer wichtiger, auch in der Küche. Wussten Sie, dass man mit den richtigen Geräten bis zu 70% Energie in der Küche sparen kann? Und das Beste dran, mit unserem Küchenalgorithmus und der richtigen Planung schaffen Sie auch, dass wir nicht nur Energie, sondern auch Ihre Zeit sparen, weil die Bewegungsabläufe alle optimiert sind. Mehr Infos? Klicken Sie hier.